bonjour meine friends und nicht friends und zuschauer wir sind jetzt dabei oliviana city unsicher zu machen die arenaleiterin ist nicht da aber wir schauen was wir uns hier so alles schnappen können damit fängt es hier schon an das müsste nämlich sein oliviana city liegt am meer da sollte man dort auch jede menge fische finden ich fische hier seit 30 jahren willst du das meer und die fische sehen und da haben wir einen neuen angler und so einfach kriegt man ein profi angel ein profi angel ich bekomme die nachrichten eine runde mitleid ja dann kann man auch schon in leuchtung gehen so viel gibt es hier glaube ich auch nicht zu sehen ach deine pokémon sind ja nur fliegen gewichte sie haben nicht die kraft felsen aus dem weg zu räumen hier nimm das und bringe ihnen stärke bei läuft immer wenn ich in dieser stadt komme gehe ich ins oliviana city café jedes gericht auf der karte stärkt mich ich kann nicht aufhören zu essen im oliviana city café gibt es nur die die karte seemannskosten für matrosen auf dem speiseplan für matrosen auf dem speiseplan was ist hier duell turm voraus will ich nicht mache ich nicht noch nicht nachts sind dunkle straßen gefährlich auch das meer wird viel bedrohlicher in der dunkelheit früher haben pokémon nachts die gewässer um oliviana city erhält der leuchtturm wurde errichtet um diese pokémon zu ehren die leute kommen zum leuchtturm um zu trainieren aufgrund der vielen trainer ist es nicht einfach sich bis ganz nach oben vorzukämpfen ist mir egal ich mache es trotzdem ach so ach lächer gibt es also auch noch und ich wollte mich gerade fragen was das für komische dunkle flecken sind alles klar kommissar alles klar kommissar das ist kein art für spielchen ein noktu so ja gute frage ich wähle dich naja es ist irgendwie eine sehr starke verteidigungs aber dich kriege ich schon klein zack Ah, ich sehe, du meinst es ernst. Ja, warum auch nicht? Seefahrer scheuen keine harten Kämpfe. Matrose Nepomuk schickt Quapsel in den Kampf. Und der will 14, ist ein Stein, na super. Und noch ein Quapuzzi. Wir gehen nochmal auf Kleinstein, damit es die EP bekommt. Und wechseln gleich wieder auf Patrick, damit auch er die EP bekommt. Zack, und es ist tot. Uff, ich habe verloren. Warum bist du gekommen? Bist du zum Gaffen hier? Es ist besser, du gehst. Bleib mal ganz ruhig hier, ja? Oh, Telefonnummer verpasst du. Scheiße. Okay. Was ist nochmal gegen den Flug effektiv? Wir steigen. Elektro. Eis. Aber Gestein, da bist du, glaube ich, noch nicht bereit für, oder? Oder? Kannst du das schon? Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich, Kleinstein. Mach es nochmal. Ey, du bist doch ein Killer, Alter. Bist ein richtiger Motherfucker. Die Tinko ist gerrra... Oder wie dieser komische Rapper sagt. Two plus two is four. Minus one, that's three. Quick maths. Smoke trees, Alter. Smoke trees. Haben die irgendwie die Trefferchance erhöht von Steinwurf? Das kommt mir schon so präzise vor hier. Nein. Das kann er ganz alleine. Okay, jetzt ging's daneben einmal. Naja. Einmal daneben ist okay. Und Level 16. Der Hammer. Intensität. Der Hammer. Ich hab' Bock auf Döner, Alter. Hat wer Bock auf Döner? Wenn jemand Bock auf Döner hat, dann schreibt's mal in den Chat. Schreibt hier. Ich hab' Döner-Lust. Ich hab' Gelüste. Ich hab' Döner-Gelüste. Abstruse Döner-Gelüste. Da hat er nur Taubsis, Alter. Fünfmal Taubsi. Hm. Ich sag's ja. Kleinstein ist einfach ein Hammer. Pokémon. Müssen wir mal nach unten. Wir haben eine Telefonnummer verpasst. Okay. Nase juckt, so. Ach, jetzt kann man das ja sehen. Ach, kacke. Jetzt sieht man ja alles, was ich mache. Kann ich nicht mehr während der Aufnahme Koks, äh, zu mir nehmen? Naja. Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Vulcano. Hä? Was? Hab' ich jetzt, äh, verkackt? Ach, Vulcano. Das kannst du also auch, ja? Burla. Dafür stirbst du jetzt mit einem Schlag. Zack. Das kannst du jetzt mit einem Schlag, äh, ich muss mehr trainieren. Das kannst du jetzt mit einem Schlag, äh, ich muss mehr trainieren. Ich möchte, dass sie mit mir zurückkommt. Es ist besser, niemand stellt sich mir in den Weg. Zu blöd. Also ich glaube, mit Patrick sind wir hier ganz gut beraten. War das effektiv? Ja. War's. Gut. Level 17 schon. Krass, ey. Und jetzt, ey. Uff, meine Pokémon. Okay. Matrose Ferdinand ist der nächste. Ferdinand. Jasmin muss krank vor, sorg' um das Pokémon hier sein. Man sieht sie momentan nicht einmal lächeln. Dadadadadadadada. Dadadadadadadadadadada. Jo, smoke trees! Smoke we every day! Und stirb, Alter! Weggeratzt! Ich habe gemeint, auch nicht zu lachen. Und auf seinem kleinen Bildchen lacht er natürlich. Sehr glaubwürdig, dass du angeblich nichts zu lachen hast. Liegt hier unten irgendwas? Ja. Eine Teere. Vogelpokémon. Da habe ich ja wieder was für euch. Na genau, du. Ich liebe kleinen Steinen so sehr, ne? Ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Auch wenn das natürlich ein bisschen... sehr wenig trifft. Mit seinem Steinwurf ist es trotzdem ziemlich stark und ziemlich gut. Ach Gott. Oh, come on. Zack. Level 18. Ist das geil, hier schon wieder. Nö. Fast Level 19. Das geht hier so schnell, ne? Das geht so schnell. Ich liebe es so sehr. Oh. Ein Sonder-Bonobo. Ein Sonder-Bonobo. Ein Sonder-Bonobo. Jetzt muss ich überlegen. Wir sind hier in E4. Sind wir wieder in E3. Wenn wir in dieses Loch uns fallen lassen, kommen wir nach E2. Und zwar... ...hier hin. Matrosen sind nett und stark. Wie... Was? Wer bist du? Ich hab's nicht gelesen. Scheiße. Shitstorm incoming. Ich kann's es wagen. Ist nichts zu lesen. Ich hab's nicht gelesen. Ich hab's nicht gelesen. Ich hab's nicht gelesen. Ich hab's nicht gelesen. Level 19. Level 23. Das war's. Niko findet Äther. Äther. Ein Äther für meine... Volksverräter. Keine Ahnung, was ich hier labere. So. Ich hatte vor, gegen Jasmin zu kämpfen, aber sie ist nicht da. Wie wäre es mit dir? Macholo, Alter. Gegen Kampf ist effektiv Flug und Psycho. Flug ist schon mal ein guter Anfang. Ey, was denn? Warte mal. Habe ich da falsch rumgelesen? Habe ich einen Trank? Naja, mach trotzdem erstmal deinen Windstoß. Fuß Kick. Sehr gut, Bibi. Ich bin stolz auf dich. Das hast du sehr gut gemacht, Bibi. Obwohl du schon so fast tot warst. Ein Quapuzzi, das kann Patrick erliegen. Zieh dich zurück. Hm? Zieh dich aus. Ich... Dieses mit dem Psycho-Andre, das macht mich immer noch fertig. Kaum zu glauben, oder? Komm, versuch's, Clint. Versuch's, Clint. Schlafpulver. Easy get wrecked. 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 Und da geht er down. Einwand freigekämpft. Säure. Hm. Gar keine. Hm. Wow, du hast mich überwältigt. Tja. I, Bims. Rosmarie. Route 38. Aber ich hab doch... Ach man. Jetzt nicht. Hm. Wir haben noch ein Bom-Bom bekommen, ne? Ein Bom-Boms. Ein Sonder-Bom-Boms. Wo ist denn das? Wo ist das Sonder-Bom-Boms? Da ist das Sonder-Bom-Boms. Das geben wir mal dir hier. Sonder-Bom-Boms. Bist du die Arena drin? Dieses Pokémon hat das Meer immer erleuchtet. Aber plötzlich wurde es krank. Es schnappt nach Luft. Ich weiß, dass es eine gut sortierte Apotheke in einem Mona City gibt. Aber dafür musst du über das Meer. Und ich kann Amphi nicht unbeauftätigt lassen. Vielleicht könntest du die Medizin für mich besorgen? Bitte. Hm. Dann soll es so sein. Jo. So. Dann machen wir noch mal schnell. Speicher-Rini. Speicher-Rini. Speicher... 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 Speicher-Roni. Speicher-Roni mit Tomatensauce? Was... Was lagere ich da? So. Ja, schön. Ja. Natürlich. Ähm. Speichern. Speichern. Sichern. Nicht speichern, es ist sichern. Jetzt ist es wieder speichern. Und jetzt ist es wieder gesichert. Also irgendwie ist sich das Spiel nicht ganz so einig. Gut. Ich gehe knackert miles, bis auf dem Weg bis zwei Uhrunterseckchen fliesst. Vielen Dank.